Schlechte Nachrichten für all die Wintersportlerinnen, Skifahrer, Skiurlauber, aber auch die Mitarbeiter der Skigebiete in Italien, denn die Saison ist vorzeitig beendet aufgrund des Coronavirus, es sind jetzt alle Lifteinlagen in Italien eingestellt. Der Betrieb ist beendet vorab, es soll in diesem Video natürlich um das Coronavirus gehen, so auch der Titel des Videos, aber definitiv nicht um irgendwelche medizinischen Hinweise, dafür sind alle Informationen von YouTube meist unter diesem Video, auch von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung dargestellt, da habe ich als Nicht-Mediziner nicht mitzureden, was ich in diesem Thema oder in dem heutigen Video behandeln möchte, sind die Auswirkungen, die schlussendlich auch dieses Virus auf unseren Lieblingssport, auf das Skifahren hat. Und in diesem Video siehst du ein ganz anderes Setting, es soll auch um die Gewinnspielauslosung der letzten Woche gehen, die ich in Oberstdorf bekannt gegeben habe und um noch zwei, drei andere Themen, also gehen wir mal rein ins heutige Hauptthema und das ist eben Corona, das uns jetzt gerade alle mitnimmt, definitiv unsere Gesellschaft gerade in Schwingungen bringt und gestern auch die große Pressemitteilung von Dolomiti Superski, ja einem der größten Skilift-Verbünde, die es in Europa gibt, die es schlussendlich auch in Italien gibt und der bei mir eventuell noch diese Saison angestanden hätte, auf diesem YouTube-Kanal das Skigebiet Dolomiti Superski oder den Skipass-Verbund zu testen. Und da gab es gestern die Pressemitteilung, die ich gerade einblende, 9.3.2020, vorzeitige Schließung. Genau so wurde ja jetzt auch das Ende des FIS Alpine World Cups in Cortina abgesagt, auch das sehr starke Nachrichten, sehr krasse Nachrichten, die natürlich schon die Sportwelt da mitnimmt. In Einvernehmen mit den regionalen Gastwirtevereinigungen und in enger Zusammenarbeit mit den zuständischen politischen Behörden, wird die laufende Wintersport-Saison vorzeitig beendet. So wurde gestern dargestellt. Ganz klar, das ist eine gute Nachricht natürlich, um das Virus, um Corona einzudämmen. Und es ist natürlich eine Tätigkeit, die uns Wintersport dann auch zugutekommt, um die Ausbreitung da zu verhindern. Und dann definitiv ist natürlich die Gesundheit wichtiger als unser Lieblingssport, auch wenn es natürlich schade ist, um all diejenigen, die ja an dieser Stelle ihren Urlaub absagen müssen. Der Skilift-Betreiber Dolomiti Superski schreibt an der Stelle auch, dass es uns oder ihnen leidtut, diese Entscheidung treffen zu müssen. Das ist die absolute Ausnahme, aber ein grundlegender Schritt, um schlussendlich die Ausbreitung einzudämmen. Das haben wir gestern hier als Pressemitteilung gesehen. Heute ist es so, dass ganz Italien zur Sperrzone wird am 10.03. Und auch das ist natürlich eine große Auswirkung, vielleicht auch für andere Arten von Urlaub, die nach Italien stattfinden wollen. Wenn du da weiteres wissen möchtest, schau gerne bei Home of Skiing vorbei. Da halten wir dich auch zu den aktuellen Nachrichten auf dem Laufenden. Da gibt es einen Beitrag dazu, der ist hier unten verlinkt. Ja, und das soweit zu Corona. Wir hoffen natürlich, dass Virus nicht in Österreich und in Deutschland so stark ausprägt, dass auch bei uns die Wintersport-Saison und solche großen Veranstaltungen rund um den Wintersport dann jetzt komplett abgesagt werden müssen. Wir hörten jetzt auch von dem ersten Fußballspiel, was abgesagt wird, auch eine logische Konsequenz. Aber beim Skifahren tritt es ja nicht so häufig auf, dass man da in Massen unterwegs ist, außer wenn die Skilift-Schlange lang ist. Wir hoffen es einfach, dass die Wintersport-Saison an dieser Stelle weitergehen kann. Und ich würde sagen, wir springen zum nächsten Thema. Und das ist, wie ich schon letzte Woche angekündigt habe, die Auslosung des Gewinnspiels, heute am 10.03. Und da ging es um dieses Paketchen hier zweimal. Und zwar einmal den Rucksack, den du hier siehst, gepaart mit einer Mütze und mit einer sehr, sehr coolen Skigoggle. Und genau das gibt es zweimal zu gewinnen. Rucksack, Beanie und Goggle. Und daraus wähle ich aus insgesamt 1.000 Kommentaren aus. Also in den letzten sieben Tagen sind 1.000 Kommentare eingegangen. Auch da wieder eine unglaublich verrückte Aktion, dass das so große Kreise annimmt. Ich freue mich natürlich, dass das so gut bei euch ankommt. Und ich würde sagen, ich stelle mal hier auf dem Computer gerade die Bildschirmaufnahme ein, sodass ich das Ganze für dich aufnehmen kann. Wie immer bei meinen Gewinnspielen möchte ich jetzt mit einer Online-Software die beiden Gewinner-Kommentare herauspicken, die jetzt genau dieses Set gewonnen haben. Und ja, sei ganz gespannt. Vielleicht bist du es an dieser Stelle. Der erste Kommentar wird jetzt ausgelost. Und zwar Filter, Duplicate, Users. Ich nehme alle Duplikate raus. Also wenn jemand zwei Kommentare geschrieben hat, zählt das natürlich nicht. Es gibt keine gewisse Gewinnspielantwort. Und jetzt geht es los. Wie viele Kommentare sind wirklich gewinnspielbereit? 875. Und da merken wir, insgesamt 125 Kommentare waren Doppelungen. Aber ihr seid schlau und wolltet tatsächlich mehr Chancen haben. Aber 875 Kommentare nehmen jetzt regulär teil. Und ich würde sagen, wir starten. Und zwar, das erste Set wurde gewonnen von Elia Leone. Wie wäre es mit Sprügen in der Schweiz? Also ein Skigebietsvorschlag nehme ich an. Ich habe von Sprügen noch nie gehört. Also Elia, es könnte sehr gut sein, dass ich dieses Gebiet dann mal auf meine Liste nehme. Dir erstmal wirklich ganz viele Glückwünsche zu deinem Paket. Und schick mir eine E-Mail an hello at mariosquast.de. Dann werde ich mit dir dort einen kleinen Verifikationsprozess durchgehen. Und dann kann ich dir das Paket an deine Adresse zuschicken. Und jetzt der zweite oder die zweite Gewinnerin. Start des zweiten Paketes von SheSat übrigens. Vielen Dank an SheSat für das Möglichmachen. Und da haben wir den zweiten Gewinner, Chris Wienecke. Sehr geile Videos. Ich bin begeistert. Habe dich heute in meinem YouTube-Feed gehabt und direkt abonniert. Freut mich, dass da auch tatsächlich noch ein neuer Abonnent mit dazugekommen ist. In diesem Fall, Chris, bist du neu auf dem Kanal und hast direkt mal das Gewinnspiel mit dem zweiten Paket gewonnen. Herzliche Glückwünsche an die beiden. Und ich kann schon mal vorab ankündigen, dass es jetzt natürlich noch weitere Aktionen in dieser Wintersport-Saison geben wird. Einmal wird es ja ab nächsten Freitag, genau Freitag, Samstag, Sonntag und vor allen Dingen Samstag und Sonntag das Zuschauertreffen geben dieses YouTube-Kanals. Aber auch Bastian Brutzer wird mit dabei sein. Und alle Informationen zum Zuschauertreffen, wo du vielleicht noch spontan am Kittsteinhorn teilnehmen willst, findest du auch unten in der Beschreibung. Da ist ein kleines Google-Formular. Da kannst du dich einfach eintragen, wenn du alle Informationen zum Treffen haben möchtest. Grundsätzlich für diejenigen, die sich schon angemeldet haben, es sind, glaube ich, 13 oder 14 an der Zahl. Es wird Samstagmorgen eine Veranstaltung geben und Sonntagmorgens. Da sehen wir uns also dann fahren eine Runde gemeinsam Ski. Das wird bestimmt wieder eine gute Veranstaltung. Und was du jetzt hier gerade siehst, ist einmal ein eingepackter Völkel-Deacon. Und dieser Ski wird nicht mir gehören. Das mal als kleine Ankündigung. Da wird ein ganz cooles Video auch wiederum für euch kommen. Das ist der niegelnagelneue, also das neue Facelift der nächsten Saison, was es schon bald hier in einem Video zu gewinnen gibt. Mal schauen, wie das läuft. Ich bin sehr gespannt, dass du da einschaltest und freue mich natürlich darüber. Und heute kommt noch ein kleines anderes Video. Auch da wird es um eine richtig coole Challenge gehen und auch ein tolles Gewinnspiel, nämlich mit der Swing-Challenge mit unseren Skistöcken. Es geht darum, wie lange du es schaffst, deine Skistöcke zu balancieren. Und tatsächlich gibt es da als Hauptpreis bis zum 1.5. auch eine komplette Skiausrüstung, nämlich Ski, Skischuh und Stöcke zu gewinnen. Die Ski und die Skischuhe sind von K2. Also lohnt es sich vorbeizuschauen. Gleich im nächsten Video, das verlinke ich natürlich jetzt hier. Und jetzt nochmal allen wegen des Coronavirus betroffenen, Skiurlaubern, Skifahrern, ich wünsche euch, dass ihr eben nicht vom Virus infiziert seid, dass ihr, wenn ihr gesundheitliche Probleme habt, natürlich besser zu Hause bleibt, auch in Deutschland. Und es ist natürlich schade, dass die Wintersport-Saison an dieser Stelle für die italienischen Skigebiete vorbei ist. Allen, die noch Skifahren gehen, sehr viel Spaß auf den Bergen. Lasst es euch sehr gut gehen. Und ich freue mich, dass du auf dem Kanal mit dabei bist. Bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Einschalten. Ciao!